hallo und herzlich willkommen youtube heute zu einem neuen update bericht jetzt hört auf das rauschen von chipie auf. ja es geht jetzt diesmal um den, jetzt habe ich ihn gerade vergessen, den armor stand, ja was ist armor stand, armor stand da kann man einfach so einen typen eine kleidung anziehen, vielleicht finde ich den jetzt hier, ja hier ist er auf jeden fall. wenn ihr nicht wisst was der armor stand ist, dann klickt hier links oben in die ecke hier irgendwo, da ist dann nochmal ein tutorial genauer dazu, das hier ist ja einfach nur ein update bericht, dass es jetzt auf 1.4 ist und es ist halt nichts neues gekommen, ja mehr gibt es da eigentlich gar nicht, also bis dann.